Ja, pausiert, sage ich dazu. Ich habe gerade gesehen, dass wir so unglaublich coole Tattoos auf den Armen haben. Hm. Wie mhm. Ja, aber was siehst du denn da? Ja, dafür ist es gerade in der Einstellung ein bisschen dunkel, aber ich habe es vorher überhaupt nicht gesehen, dass wir welche haben. Gucken wir nochmal rein, wenn wir... Weiß ich nicht, ob die jetzt was erzählen. Das sind so Formen der Welt, oder? Ja. So, Pause vorbei. Okay, wir haben Schlüsselteil Nummer 2 eingesackt. Und sind jetzt auf der Suche nach dem dritten Tempel. Oh. Guckt doch mal... ...auf die Mapcodes. Ey, ich bin ein Fliegerass, ich weiß automatisch, wo ich lande. Ich habe was Cooles zu erzählen. Ich habe mich jetzt sehr viel mit Kompass, Karten und so weiter beschäftigt für eine Hausarbeit, die ich schreibe. Und habe wie immer was Cooles gelernt. Und zwar habe ich ganz viel über alte Karten gelesen. Also so die ersten großen Leute, die das Land vermessen haben und versucht haben, die Welt zu entdecken. Und es gibt diesen Begriff, der da heißt Terra Incognita. Ja, das kann ich dir auch erzählen, aber bitte. War es die Geschichte dazu? Ne. Ach man, Joscha. Jenny hat mich gerade so gekillt mit ihrem Blick, ey. So wurden Gebiete bezeichnet, die noch nicht entdeckt wurden auf der Landkarte. Also man wusste, da ist natürlich irgendwas, aber man weiß nicht was. Und jetzt ist es interessant, denn die meisten würden es als unbekanntes Gebiet bezeichnen. Das würde dann aber auf Latein Terra Incognita heißen. Was heißt das? Äh, Ignota, meine ich. Ach so. Terra Ignota. Das würde dann wirklich heißen, okay, das ist ein unbekanntes Gebiet. Terra Incognita heißt aber, es ist ein unerkanntes Gebiet. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum hat man das unerkanntes Gebiet genannt? Und siehe da, die Begründung ist total cool. Und zwar, man weiß ja, dass dieses Stück auf jeden Fall existiert. Denn man weiß, dass da irgendwas sein muss. Man weiß aber nicht genau, was es ist. Das heißt, dieses Stück wäre zum Beispiel kein Stück Land, wo ein großer Berg drauf wäre. Denn da wüsste man ja, also da würde man erkennen quasi, dass sich irgendwo da um ein Gebirge handelt und sich da natürlich auch Berge und so weiter befinden. Und das ist der große Unterschied. Und das fand ich total witzig und total interessant irgendwie. Dass es halt anders ist, als ich ursprünglich dachte, natürlich. Weil jeder würde sagen, okay, klar, unbekannte Gebiete. Stimmt aber nicht, liebe Leute. So was lernt man, wenn man Hausarbeiten schreibt für die Uni. Oder, na gut, was heißt man lernt? Oder man lernt Latein. Aber selbst dann weiß man ja nicht, ob das nur so ein... Das ist halt in Europa Universalis. Kein unbekanntes Spiel auf diesem Kanal. Ach, ein sehr wichtiger Begriff. Ja, das ist ja auch aus alten Landkarten immer noch. Und jetzt, meine lieben EU-Freunde, ich habe erklärt, was das genau heißt. Ja, Vorrang, das ist echt gut. Das Ding ist, hier waren wir ja vor einigen Zeiten schon. Aber haben wir das schon gelesen? Ja. Äh, ja. Okay. Aber ich konnte jetzt nicht so schnell lesen, was da... Vielleicht war da wieder ein Hinweis, wo man hin muss. Das könnte natürlich sein. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, neu geweckt. Und die Geister halfen ihr, den Einklang hinter... Den Eingang hinter... Hinter... Ich liebe übrigens Latein. Latein hat. Ah, weil man hier was aktivieren kann. Hier waren wir noch nicht. Hier ist der Fisch. Ah, das ist doch der... Ja. Ne? Oder? Ja, das ist der Fisch, der fehlt uns noch. Nee, aber ist das nicht der Fisch, den wir gerade gesagt haben, oder? Das ist der Fischgeist. Also der Schrein des Fisches. Aber es ist nicht der, den wir im Norden gerade trafen. Oder? Es ist der Gleiche. Aha, aha. Äh, okay. Fehlt wohl noch ein zweites Zeichen, oder? Konntest du jetzt am Alter was aktivieren? Oh, da musst du lang. So. Geh, dreh dich mal nochmal nach da. Da, fliegt doch was jetzt. Oh. Du bist so süßes manchmal. Jetzt musst du wieder durch so Löcher fliegen, oder? Ach, guck mal, nee, der wird... Ah, das ist der Mond. Ja, und Mond und Sonne. Watt. Ich lande, genau, und Sonne müsste jetzt... Noch aktiviert werden. Ja. Ja, wer hält schon die Reihenfolge von irgendwelchen Tempeln ein? Ja, das ist ja das Schöne, finde ich, in dem Spiel, dass es eben nicht, äh, den einen Schlauch... Aber deswegen ist es so geschrieben, dass manchmal weiß man Dinge ja schon, die man später entdeckt. Das hatten wir in der letzten Folge noch mit dem... Dass wir erst die Höhle im Norden gefunden haben, feststellten, dass es den Weg so nicht gibt. Da ist übrigens, äh, der... Ah, doch, was hinter dem Wasserfall. Du wolltest doch unbedingt eine Höhle hinter. Ja, wir hatten es ja auch versucht, quasi schon das erste Mal, aber da war das nicht so ganz klar. Nee, da haben wir ja... Wir waren ja erst bei der Höhle im Norden, haben dann da den Hinweis bekommen, dass wir zurück müssen. Ne? Und dann in der Bärenhöhle, wo wir den versteckten Schlüssel gefunden haben, letztlich... Piup! Oh nein, wie sie so stehengeblieben ist. Äh, dann da wiederum den Hinweis bekommen, dass man ja in den Norden gehen muss. Also, es ist schon quasi abgesichert. Es ist frei, die Welt, aber sie leitet einen dann halt schon. Das ist auch das Problem an Dialogen. Du kannst halt nicht wissen, wie rum das ja gefunden wird. Das heißt, du kannst auch nicht Dialoge aufeinander aufbauen. Das macht ja damals keinen Sinn. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir eine in sich kohärente Geschichte bisher gespielt haben. Entdeckt das Gewölbe. Das ist ja der erste Tempel eigentlich, den man finden sollte. Das ist der Anfänger-Tempel. Also genau richtig für mich. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Immer wenn ich nett sein will, nimmt Joshua es nicht nett. Okay, was müssen wir tun? Adventure Titan! Das ist ja da reinschieben, die Platten. Kannst du sie schieben? Ah, okay. Was müssen wir denn bauen? Das ist die Frage. Sehen wir einen Hinweis. Haben wir einen? Warte mal ganz kurz. Oder müssen sie sich einfach nur ergänzen? Ergänzen? Ja, Dreiecke gibt es zwei zum Beispiel. Aber alles kann sich ja irgendwie ergänzen, ne? Ja. Ach doch, mach mal beide Dreiecke vielleicht. Aber zum Beispiel das vorne an der Tür. Ist doch ein Dreieck. Das Zeichen. Ist es ein Dreieck? Naja, so ein... Ach so ein... Ja, ja. So eine Raute. Raute. Heißt das denn, oder? Zwei Dreiecke halt. Cool. Das ist ein gutes Wasser. Ja, 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 ja. Wupp, 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 wupp. Und ich sah, dass es gut war. Dann lauf mal kurz nach vorne, weil da ist ja was auf dem Fußboden. Da sind bestimmt die Zeichen drauf. Ach so, ich war jetzt von dem halt, ne? Ja, ich auch erst. Ah, du warst die Sonne und den Mond. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe den Mond nicht gefunden. Auf der rechten Seite. Was war denn jetzt links? Ja, was war denn jetzt links? Sonne. Okay. Mann, ja. Sonne ist das da. Nope. Ist das die Sonne oder das hier? Nee, das ist die Sonne. Ist das doch das Gleiche? Oder? Nee. Nein, es hat mehr... In... 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 Das habe ich mir auch erst so gedacht, aber ich habe nichts erkannt, was aussieht wie ein Mond. Ich mag dieses... Oh, wie so ein Zeiger, ihr bitte klicken. Oder ein Mittelfinger. Das war einfach. Yee! Jeder denkt sich jetzt toll. Wieso macht ihr eigentlich immer erst den Rest? Ja, wir erzählen es halt anti... Aber was haben wir jetzt gefunden? Den Schlüssel. Für... Nee. Doch. Und Schlüssel aber für was? Ja, richtig. Äh, doch für den Tempel. Definitiv für den Tempel. Also da, wo ich ursprünglich gerade hingeflogen bin, da ist der Tempel und da kann ich jetzt aber rein. Weil ich da noch nicht weiß, wo wirklich der Eingang dann letztlich sein soll. Gedrehte Mittelfinger, ja. Und wir können hier nichts anderes sehen in diesem Moment. Wir spielen das halt anti... Anti-Klimaktisch. Wir spielen das so, wie ein Vogel spielen würde. Jetzt fliegt es halt... Ja? Flieg halt. Flüchte. Frei wie ein Vogel, ah, hallo. Hallo, kleine Wanderin. Du hast dir Zeit gelassen. Bist du vielleicht vom Weg abgekommen? Könnte ich mal so sagen. Nein, 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 definitiv. Oder musstest du auf den Langsamen warten? Ja, ja, ja. Auf die Langsame. Ich glaube, sein Name ist Madwin. Sie meint unser Meister. Langsam wie nie ein Wanderer vor ihm. Aber clever. Intelligent. Weißt du denn, worüber du da gestolpert bist? Du trägst Licht und Schlüssel, um dich ins Zwielicht zu führen. Dämmerung und Morgenröte zugleich, würde ich meinen. Südwestlich von hier gibt es einen Tempel in Gestalt der untergehenden Sonne. Dort wirst du mehr Antworten finden. Nun geh schon, Vogel, schneller als Madwin. In der Tiefe erwarten dich Geheimnisse. Suche Rat bei den Schlimmernden. Ist so geil. Man merkt schon am Text, dass es der Anfang ist. Super interessant. Aber halt einfach, wie man sowas dann halt designen muss. Ist cool. Ja, weil es gibt Leute, weil hätte ich das wahrscheinlich alleine gespielt, hätte ich dann erstmal so lange gesucht, bis ich was gefunden hätte. Hm. Bevor ich weiter geflogen wäre. Oder wir haben uns jetzt einfach treiben lassen. Geil. Piu. Boah, Schaffis, ohne auf die Karte zu gucken, ist die Frage. Äh. Äh. Gar nicht schlecht. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir den Kompass ausgemacht haben. Den brauchst du eigentlich auch nicht. Weil wenn, dann guckst du auch gleich auf die Karte. Statt auf den Kompass. Hm. Ich finde es auch wichtig, dass moderne Spiele es können und machen. Einen erlauben, quasi die UI auszustellen komplett. Ja. Ja, da leuchtet es schon so. Recht eindeutig. Hallo Leute. Ha. Perfekte Landung. Hm, Sonnen und Mond. Mhm. Schön, wie sich so das Thema durchzieht. Mhm. Sie sehen ein bisschen aus wie Sonnenblumenbäume, finde ich die da unten. Hm. Im ersten Moment. Wer sie nicht kennt, googelt sie. Sie sind einzigartig und ziemlich schön. Ja. Ach komm. Vielleicht kann ich jetzt runtergleiten. Wir haben sich gedacht, nein, du darfst hier nicht fliegen. Ist der Leveleingang versteckt. Du darfst hier nicht fliegen. Du kommst nicht. Den machen wir irgendwie in jeder Folge. Ja. Das ist schon so ein Lama-Warning-Gag. Ja, das ist doch super. Wir gucken echt die Tage mal wieder Gefährten. Was ist eigentlich unser Plan? Ich hab doch die Special Edition. Ja, das war, genau. Ich wollte es dir nochmal erläutert haben. Heiligtum der Dämmerung. Wir haben es geschafft. Das hab ich erst nicht gesehen, dass es da steht. Und da dachte ich so, oh ja, das passt gut. Unser Plan, die ganze Triologie nochmal durchzugucken. Hier werden wir sicher sein. Ja, guck mal links. In jedem Fall einladender als... Oh ja, guck mal, siehst du, wie die ganzen Leute da ankommen. Und da ist die Priesterin. Kara. Das ist ein schöner Name. Genau, bei uns jetzt Triologie-Wochen. Weil der Erste immer noch der Beste ist. Und wer was anderes sagt, der lügt. Definitiv ist der Erste der Beste. Im Dritten ist allein Frodo so unerträglich, dass du denkst, oh, stimmt einfach. Also ich hab das gedacht. Und ich sag, nein, ich mag Harry Potter. Ich mag nur Harry nicht so sonderlich. Die Wächterin des Zwielichts öffnete ihre Augen und sah, wie Sonne und Mond zugleich erstrahlten. Sie setzte sich und nahm sie beide in ihre Himmelshände, um ein Gleichgewicht aus Licht und Schatten zu erschaffen. Mit ihrer rechten Hand gibt sie die Sonne frei, um die Menschen aus dem Traum zu erwecken. Mit ihrer linken wirft sie den Mond in den Nachthimmel, sodass die Menschen träumen können. Sie ist der Herzschlag der Jahreszeiten und sitzt am Nabel der Welt, der Atem allen Lebens und der Ordnung. Das erinnert mich auch wieder so krass an das, was ich gerade erst gelesen habe. Da war auch erklärt, wieso es Tag und Nacht gibt. Ja, mich erinnert das ja auch, also mich erinnert das immer viel an griechische Mythologie, die ja auch wirklich alles dann irgendwo ein Gott haben. Unter anderem Helios, glaube ich. Der Gott der Sonne. Ich nicke. Ihr seht es nicht, aber ich nicke. Oh, schön klein. Oh, das ist schön, das ist bisher der schönste Tempel. Das ist deutlich einladender. Atmosphäre. Man sieht, dass der halt mal beliebt war, dass die Leute hierher geflüchtet sind, ne? Oh, mich haben sie gewohnt. Kleine Karpfen. Sollte ihr kleine Karpfis? Also die Goldfischis. Große Goldfischis. Nein, sie sind Karpfis. Ja. Habe ich nicht irgendwo eins übersehen? Ja, da oben drauf war. Und da hinten. Hier. Ja, ja, und links war auch was. Nein, ich würde da laufen, da war doch noch was. Oh. Feiert. Mensch auf Pfoten kann nicht rennen, jagt die Sonne sehnsuchtsvoll. Mensch mit Schwingen kann nicht fliegen, sucht den Himmel immer zu. Mensch hat Augen, die nicht sehen, beobachtet die Ewigkeit. Mensch allein der Gefahr erlegen, gedankenfremd und unnahbar. Das ist aber cool. Ja, irgendwie habe ich das gleich so als Gedicht gelesen, obwohl ich gar nicht wusste, ob es eins ist. Ja, absolut. Ich wünschte, ich würde mich nur... Ich verlese mich immer in dem Moment, wenn ich denke, boah, das läuft ja gut. Ja. Aber ihr werdet das mir verzeihen. Ich trainiere und ich höre Leute viel schlechter von mir. Wie kommen wir denn da drüben? Da sehe ich. Gehe mich erst da noch hin. Den Pfeiler hoch. Ja. Da sind ganz viele Geschichtchen. Oh, schaurig ist es übers Moor zu gehen. Kennst du das? Ja. Ja? Heißt ja, du weißt von mir, wie es ist? Mein Vater wird uns finden. Wir müssen aufhören, uns hier zu treffen. Oh. Love Interest. Das ist der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshöpf. Ah ja. Wer kennt ihn nicht? Stirbt er nicht? Das ist ja auch mit dem Reiter. Reitet geschwind. Ah, ficken! Das gibt es doch nicht. Entschuldigung. Aber das ist der Ehrenkönig. Alle sterben in solchen Gedichten. Warum war denn da ein Loch? Das kriegst du ja nicht. Ah! Was? Mann, Jaschkuhn. Gib dir Mühe. Okay, wenn man das jetzt ganz diszipliniert... Ah! Die ist halt super empfindlich, die Steuerung. Ja, deswegen muss man ja auch geduldig sein. Ja. Das behauptet, ich bin... Meine große Stärke. ...so geduldig. Wehe, du fällst es da. Ey, da fahre ich doch nicht rüber. Oder? Das ist der einzige Weg, ne? Da, ja. Gerade zu. Hm? Oh! Jetzt nach hier. Nur gucken und sicher gehen. Und dann plupp an der Seite runtergekommen. Ja, ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich würde so lachen, wenn mir das einfach irgendwo reinfällt. Hm? Und die sagen nicht mal was? Das war so geil, dann den ausgeschenkten Arm zu folgen. Ich mache jetzt ganz dreist. Dreh dich doch mal so, dass man es schön sieht. Was denn? Ich mache jetzt mal einen Screenshot. Was denn? Was willst du denn sehen? So ist es. Das ist geil, dieses Fenster hier hinten. Deswegen ja. Schon schön. Jetzt haben wir hier aber das... Alter, wollt ihr mich verarschen? Hier war eine Treppe? Come on, ey. Das war eine dreckige Drecksflache. Aber was, bin ich von hier gekommen oder nicht? Ich weiß, wer weicht... Okay. Gehe ich erst mal hier lang. Ja, schnell, schnell, schnell drauf. Springern. Ja. Blub, blub, blub. Jetzt andersrum weiter. Ja, ich habe das Rätsel kapiert. Danke. Ich veräpple dich nur. Du lässt dich auch gut veräppeln heute. Ah. Schön. Das. Aktivieren. Sesam, öffne dich. Ist er jetzt Kind gelesen? Hast du das wirklich gelesen? Das ist die Geschichte von Tausend und eine Nacht. Ich habe auch gelesen. Also ich habe auch. Und es sind ja mehrere Geschichten. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nur die 40 Rollbar gelesen. Alibaba und die 40 Rollbar. Ich habe es nicht mehr so ganz. Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte, glaube ich, mich zu erinnern. Ich fand es auch spannend, aber ich weiß jetzt nicht, ob das romantisierend spannend ist, weil ich das Kind spannend fand oder ob das immer. Ich glaube, es ist wirklich immer spannend, diese ganzen Geschichten. Es ist halt einfach eine Abenteuergeschichte. Ja, total cool. Also auch der Rest dieser ganzen Geschichten ist super geil. Ja, es ist so geil, hier rumzuspringen, bis ich dann halt abstürze, aber bis dahin macht es Spaß. Ich finde es immer geil, dass alles in dieser Welt schweben kann. Auch die Gedanken sind frei. Ich will es jetzt nicht. Es lag mir so krass auf der Zunge. Ah. Der kopflose Betende. So ein Schrift, also so ein Chakra-Zeichen von Naruto. Oh, Hangul. Das gibt es doch in Hangul. Also das, was aussieht wie eine Zwei. Teil Zwei? Nein, ich will erst Teil Eins lesen. Liest du? Ja. Als die Welt noch jung war und der Schöpfer das Land gerade erst Sonnen hatte, versammelten sich die Tiergeister auf einen Plaut. Ich hätte unbedingt, ob ich das nicht schon kenne. Ein Fuchs sprach. Es gibt neue Tiere, sie gehen auf zwei Beine. Ein Kranich sprach. Ein neuer Vogel? Der Fuchs schüttelte den Kopf und sprach. Du bist der Fuchs, ich bin der Kranich. Ich bin der Erzähler, ihnen fehlen die Flügel. Ein Affe sprach, wer ist das jetzt? Ich habe sie auch gesehen. Sie besitzen kein Fell und sie können nicht gut klettern. Eine Eule sprach. Sie fürchten die Nacht und vertreiben sie mit Feuer. Ein Otter sprach. Sie bauen ihre Nester an Land, aber sie sind nicht eins mit ihm. Ein Reh sprach. Sie machen Lärm und sie kennen sich im Wald nicht aus. Ein Bär sprach. Sie sind jung und verlaufen sich oft. Der Fuchs legte den Kopf schief und sprach. Ja, deshalb müssen wir ihnen helfen. Gott, bitte lass sie nicht nochmal vorkommen, das muss ich kurz überlegen. Ja, jetzt aber ganz schnell. Ihnen helfen? Die anderen Tiere waren erstaunt. Ja, sprach der Fuchs. Ups. Sorry. Ja? Sprach der Fuchs. Ihre Gedanken sehen die Ewigkeit und sie sind verloren und fürchten sich. Sie brauchen Halt oder sie werden sich dem Land und uns schaden. Sprach der Fuchs. Was schlägst du also vor? Fragte ein Hase. Ich schlage einen Pakt vor. Sprach der Fuchs. Spricht einer von ihnen zu uns, so bieten wir ihm ein Bündnis mit dem Land an. Der Fuchs vor fort. Willigt er ein, kann er fortan unsere Gestalt annehmen. Von demjenigen, mit dem er den Pakt eingegangen ist. Das ist ein schönes Background. Backstory. Und er wird eins sein mit dem Land und dennoch jenseits des Schleiers sehen. Und er wird sein Volk führen und beschützen. Und so leben wir alle in Frieden. Sprach der Fuchs. Die anderen Tiere wussten um die Weisheit seiner Worte und wir legten einen. Und so werden einige Menschen eins mit der Welt. Diese Auserwählten nennt man die Flüsternde. Wir sind eine Flüsternde. Das ist ein schöner Titel für die Folge. Man merkt dir das mal. Ich gucke gerade auf die Stifte und versuche sie mit meiner... Wir versuchen es, wir schreiben es in den Audio-Titel. Ja, aber ich versuche es mir zu merken bis zum Ende der Folge. Ja komm, was ist das? Man wird immer da wohl schaffen. Das ist der richtige. Oh Gott, das ist alles... So viel! Ich habe wenigstens vergessen, wo ich gekommen bin. Lalalala, da wo es leuchtet, war es auf jeden Fall noch nicht. Aber wie kommen wir da rüber? Ich weiß es nicht. Hm. Irgendwann machen wir so eine Rupan-Folge. Die kommt jetzt... Ich kann echt nicht gut... Okay, es war ja aber ja Ersprechgesang. Das geht noch. Ja, also so Fake-Gesang. Aber da kam ich von da unten? Aber die Leute werden uns dafür hassen vielleicht. Ja. Aber wir trauen uns mittlerweile echt alles. Von mir kamen. Also ich muss sagen, meine Hemmungsschwelle ist wirklich sehr gesunken. Ja, Let's Play hat was Gutes. Man traut sich eine Menge mehr zu sagen, zu tun. Und ich wurde jetzt gefragt, ob ich nicht mal moderieren möchte. Also, ich habe ja schon mal im Game Cinema moderiert. Aber woanders moderieren möchte? Ha! Fühle ich mich geehrt. Saggasse. Hm. Obwohl ich immer noch finde, deine Aussprache ist viel deutlicher als meine. Es liegt aber auch daran, dass wenn ich nicht spiele, fummel ich die ganze Zeit mit meinen Händen rum. Das ist wahr. Hm. Ich fummel mit meinen Händen rum. Komm, buschen mal kurz. Da, kannst du was aktivieren? Nein, ich werde buschen. Oh, was ist denn ein Grosch? Was ist denn Karpfen? Weiß ich nicht. Hä? Hä? Nee, irgendein Vogel. Ach du Scheiße. Einschalten. Ach, du kannst es jetzt... Kannst du es dagegen drehen? Nee, ne? Versuch's, Kaus geht nicht. Kannst du die andere nicht sagen? Nee. Dann machst du erst mal nach hier. Einfach aus Prinzip, weil es so noch nicht stand. Du kannst alle aktivieren. Ah, okay. Hier ist der Mond. Mondlinke Seite. Hä? Guck dir das mal an, was passiert, wenn du welchen drehst. Aha. Du musst nach da drüben. Ach, du kannst... Was? Du musst doch eigentlich nach oben links. Wenn ich da... Geh mal kurz nochmal raus. Da ist doch das Zeichen oben links. Okay, warte nochmal. Er sagt... Weil hier fällt man ja ganz offenbar an. Hier zeigt dir mehr die linke Seite. Ja, also bitte noch... Aber es geht ja nur... Aha. Jetzt zeige ich eine andere Position. Ja, weil du die andere gedreht hast. Ja. Boah, das ist jetzt doch mal ein richtiges Rätsel. Also mach erst mal linke Seite. Lassen wir einen. Bin ich jetzt nicht auf der linken Seite? Ja, weil weiter geht es ja nicht nach links. Ja. Wir versuchen das halt auszurichten. Ich frage mich, ob das halt die Logik ist quasi. Aber muss ich immer von dem aus, von meiner Position aus gesehen? Ja. Das wäre sonst ein bisschen fies. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Nicht so. Doch. Aber... Weil er will ja, glaube ich, dass ich ihn ganz... Ach, da, ne? Ja, du musst am Ende da landen, an der Tür. Mhm. Okay, jetzt zum nächsten gucken wir doch einfach mal. Okay. Hier ist doch nicht ganz geschnallt, glaube ich. Da jetzt nach rechts drehen. Also ich glaube, das soll uns das doch sagen. Nein. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber so funktioniert das Prinzip, glaube ich. Hier hast du auch angefangen, ne? Ne, hast du beim dem daneben angefangen. Das ist doch okay. Weil der war doch ganz ausgemalt. Aber jetzt komme ich nicht zurück, jetzt komme ich nur da hin oder da hin? Okay. Also nach oben links? Was ist denn... Hast du das jetzt weiter gedreht oder so gelassen? Sicher? So gelassen. Okay. Und warum ist hier denn noch die Sonne extra? Das ist die einzige Sonne, die leuchtet ihr an. Das sind alle im Mond. Also soll die Sonne zeigen... Aber hat die am Anfang auch schon geleuchtet? Ja. Soll das vielleicht sagen... Das soll jetzt sagen, dass das vielleicht das Letzte ist, um danach da zu kommen. Was es aber noch nicht macht, weil irgendwas dann noch nicht stimmt wahrscheinlich. Jetzt ist die Sonne. Ah, jetzt ist der Mond da. Muss sich alle auf Sonne schalten oder was? Ah, vielleicht. Ja. Aber wenn es auf die... Den Zoom geht, mich auf der linken Seite zu positionieren, bin ich doch auf der linken Seite. Ah, guck, jetzt wechselt es Sonne und Mond. Ah. Ist das... Vielleicht müssen entweder alle Mond oder alle Sonne sein. Aber alle Mond hätte ich ja jetzt gehabt gerade. Genau. Also es stimmt nicht. Also alle Sonne. So. Machen wir einfach alle mal Sonne. Oh. Ich dachte eigentlich, dass diese Richter... Es muss ein Ganzes ergeben. Mhm. Oder? Ja, ja. Es geht um den Vollmond, aber dann Sonne gleichzeitig ist irgendwie auch komisch. Ja. Äh. Okay, Serious. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber wir haben es gemacht. Okay. Naja, du musst es so weit drehen, dass es ein Ganzes ergibt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe das gewusst. Wenn du das so sagst, will ich mich immer ein bisschen veräppeln. Das will ich mal kacke labern. Lass die Alte mal labern. Die hat eh keine Ahnung. Sie kam von da hinten, ne? Ich liebe Rätsel. Kamen wir von da? Ja. Äh. Wir haben uns Cuphead auf Arbeit geholt, was sich jetzt total dumm anhört. Also nicht meine Arbeit, sondern einer meiner Kollegen. Gestern. Als es dann spät wurde und die Konzentration sehr gesunken ist. Und Mann ist das schwer! Ja, und Mann ist das geil! Allein das erste Level war schon so schwer. Ich bin zurück, oder? Zieh. Weil da geht es nicht weiter. Also ich habe nichts gesehen. Oh ne. Du musst halt da lang, wo wir gerade durchgesehen konnten. Ja, aber wo war das? In die Richtung. Das zeigt es ja. Ja, okay, da lang. Also da wieder abbiegen, wo du herkommst. Also ich habe es Joscha quasi gerade demonstriert mit Händen. Ja, ist immer gut im Let's Play, die Dinge zu zeigen mit den Armen. Ja, aber ich muss das ja dir sagen, wo du lang musst und nicht den. Euch. Wollten die das auch sehen? Weiß ich nicht. Ich kann ja mal versuchen. Denen. Ihnen. Unseren lieben Zuschauern. Oh Gott. Ich dachte, das ist das Einsteigerding. Die musst du zusammenschieben. Ah, okay, wieder Symbole. Aber welches wollen wir haben? Ja, müssen wir wieder rausfinden. Musst du ja irgendwo ablesen können. Aber es ist ja jetzt quasi passend schon... Das andere passt noch nicht, oder? Nein, da brauchen wir auch nicht die Sonne. Ja. See. War auch wieder easy. Kein Problem. Aber wie kommen wir da rechts auf die Plattform? Das ist links. Nicht springend. Nicht? Nee. Und diese geilen Pilze haben mich auch wieder total in WoW. schon so lange her, dass ich das alles gespielt habe. Aber ich meine, die Lichtstimmung stimmt überhaupt nicht. Es war ja da sehr viel dunkler. Die Pilze haben auch lila geleuchtet. Und dunkelgrün. Ich habe das geliebt. Das Gebiet. Auch wenn es halt irgendwie... Später... Da kommst du halt nicht nochmal vorbei eigentlich. Ich glaube, da gab es auch keine coole Instanz. Ich hätte mich erinnern. Na. Na, ab durchs Abwasser. Das ist jetzt nicht so schmutzig. Boah, heute standen, als du noch nicht da warst, die ganze Küche wieder unter Wasser. Auf Arbeit? Ja, weil irgendjemand wieder der Meinung war, ach, ich bin mal so schlau und entdeckt. Also in den Kühlschrank. Ja, und dann lief der überlaufen. Ich habe mich schon gewundert, warum heute im Waschbecken so ein nasses Handbuch lag und warum der Boden noch so nass war. Ich versucht habe, das irgendwie zu retten. Cool. Miko hat mir dann geholfen. Aha. Es läuft. Mit dem Flow, Mann. Es läuft. Es passt so gut zum Hauslaufen im Kühlschrank. Ich habe das dann aber auch irgendwie nicht mehr hinterfragt heute. Ah ja, gut. Ja, ja, das ist nass. Ich mache das auch gar nicht sauber. Klatsch, 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 nasses Handtuch. Irgendwie im Waschbecken. Warum sollte ich irgendwas tun? Das würde schon irgendwie einen Grund haben. Ja, ja, ja. Die werden sich da was bei gedacht haben. Schön machen, ja, ja. Immer die Jenny darf auf den Fußboden rumkriechen. Mhm. Prinz Charming setzt sich nur an seinen Platz, der nicht mehr ihm gehörte heute. Ey, weil ständig jemand auf meinem Platz sitzt. Ja, scheiße, dass du dich nicht durchsetzen kannst. Ich habe immer meinen Platz. Oh, guck mal, das ist unser Thumbnail. Da stehen wir doch hinter dem Altar. Also ohne die Leute. Mhm. Ich bin Kara von den Donnerinseln. Ich hatte einen sonderbaren Traum, den ich niederschreiben will, damit auch andere ihn verstehen. Ich bin gekommen, die heiligen Relikte im Leuchtturm im Land der Götter zu studieren, um unser Erbe zu verstehen. Als ich ein paar der Ruhen berührte, war mir als fuhr eine wärmende Hand über meine Augen und ich fiel auf dem heiligen Stein in einen tiefen Schlummer. Im Traum erschien es mir, als erstrahlte der Stein unter meinen Füßen und errichtete eine Treppe hinauf in den Sternenhimmel. Weit entfernt auf diesen Stufen entfachte sich ein goldenes Licht und kam stetig näher. Sterne schwebten von Himmel herab und wurden zu einem sanften, traurigen Wesen aus Musik. Eigentlich haben wir Glück, dass wir von einem fliegenden Tier berührt wurden, sonst müssten wir schwimmen und würden ständig abstürzen. Dieser Gott sprach zu mir nicht mit Worten, sondern in Erinnerung und Gefühlen. Er warnte mich vor einer schrecklichen Gier aus dem Jenseits, vor einer Leere im Herzen der Menschen. Als er sie mir zeigte, fühlte ich sie lebendig werden und zwischen uns kommen. Sie verdunkelte die goldenen Stufen wie ein Gewitter, kalt wie die Ewigkeit. Angst erfüllt schrie ich auf, als die Leere mich berührte und ich erwachte. Drei Tage lang konnte ich kein Wort sprechen, aber ich machte mich sofort auf die Reise zu den alten Tempeln. Wenn das, was ich gesehen habe, stimmt, dann sind die Götter noch am Leben und wir müssen uns gegenseitig helfen. Ich hätte gedacht, dass wir da rüber müssen. Aber ist das deine Tür auf der... Das sieht nicht so aus, oder? Nee. Nein. Okay, aber dann... Waren wir nicht... Die Musik wird sehr finster, ja. Aber Moment mal, habe ich jetzt... Irgendwas haben wir da jetzt gerade verpasst, oder? Aber hier waren wir doch. Ich glaube, diese Treppe, die ist doch... Die haben wir doch erst... Hier waren wir, ne? Mhm. Aber konnten wir am Anfang hier... Aber wir sind ja am Anfang hier noch nicht hochgegangen, ne? Ich glaube, am Anfang bin ich einfach nur abgebogen. Das hätten wir vielleicht schon lesen können, ganz am Anfang. Diese Treppe, die haben wir jetzt quasi erst... Guck mal, jetzt haben wir die Treppe... Ja. Die haben wir jetzt kreiert, ne? Ja. Jetzt müssten wir aus der anderen Seite gehen, um die Treppe wahrscheinlich auch zu kreieren, oder? Ja. Hm. Das hast du richtig gesehen. Okay. Was sagt die Zeit? Warte... 31 Minuten, sagt die Zeit. Oh, oh, meine lieben Freunde. Aber ich finde irgendwie, es ist irgendwie... Stimmungs... Also, ne? Ich hasse das auch im Tempel aufzuhören. Alles gut, ich strenke noch ein bisschen. So wie du sonst. Und wenn ich Joscha wäre, würde ich jetzt einfach an dem Mikrofon vorbeigreifen und ausmachen. So wie er das ganz gerne macht, weil er nicht verstehen kann, warum ich sowas weiterspiele. Ich verstehe total, dass man das jetzt hier durchziehen muss, in diesem Tempel. Ja, weil du auch spielst. Ja, aber es ist ja wirklich total unruhend, wenn ich jetzt... Ja. So lang... Lass dich doch nicht ärgern, da unten, weil wir ganz einfach mal verformen. Mann, ich nehme dich doch eigentlich ernst. Ja, Juni. Ich weiß. Ich fahre erstmal nach oben. Ich weiß nie. Geh um noch nicht nachdenken, Jenny. Du kannst denken. Plupp. Nee, das ist geil. Äh. Head in time, sage ich nur dazu. Ja, das ist super. Das ist halt die Mechanik, wenn wir so halt... Es ist eigentlich ja zwei, es gibt diese großen Rätsel-Dungeons gewissermaßen. Ja, weil die echt weniger Rätsel sind, ne? Ja, ja. Und da gibt es aber halt diese... Warte, das ist der letzte da vor der Tür, ne? Wo ist denn jetzt noch einer? Klar. Hier. Ja. Und dann halt, ne? Also diese, sagen wir mal, diese Dungeons, wo ich laufe, ne? Und quasi ein spezifisches Ziel habe, nämlich immer quasi dieses Artefakt oder Fragment. Und dann habe ich die Welt draußen, wo ich viel, viel freier bin, halt frei wie ein Vogel, umherfliege und entdecke und Geschichten lese und, ne? Etwas über die Welt erfahre. Das finde ich cool, diese Zweiteilung letztlich des Gameplays. Ich glaube, auch nur eins von beiden würde echt nicht so viel Spaß machen. Ne, ne. Ja. Und so mischt sich das ganz gut. Klub. Okay, jetzt haben wir die Geschichte. Da haben wir die Sonne, ja, ist die Sonne auch aufgegangen. Und die Tür ist frei. Bam, bam. Ah, sehr gut. Oh, wenn wir da aufgehört hätten gerade, ey. Das hätten wir doch nie gemacht. Also... Warte, sieh nicht. Ich hätte es mir zugetraut. Ich hätte das nie gemacht. Deswegen sitze ich ja hier. Und sage du, du, du. Da sind zwei Hände, sie beten die Hände. Das ist ein bisschen unheimlich. Komm zu mir, kleiner Vogel. Vor sehr langer Zeit nannte man mich die Wächterin des Zwielichts. Ich existiere zwischen Dämmerung und Morgengrauen und bewache den Pfad, der ins Land der Träume und zurückführt. Selbst nach dem großen Zerfall blieb ich und ich beobachtete, wie eure Priesterin Kara ihr Volk in die Sicherheit meines Tempels geleitete. Schon lange warte ich auf diesen Augenblick. Nun bin ich schwach, aber die Macht, die mir verliehen wurde, bindet mich an eure Welt. Hör gut zu, kleiner Vogel. Kehre nun zum Neuchtturm zurück, im Südosten, nahe deines Dorfes. Vereine die drei Fragmente. Ich kann deinen Weg von hier aus nicht erkennen. Leere erwartet dich. Aber wir dürfen nicht zögern. Ja, so schnell konnte ich es. Wieso? Können wir uns das doch mal im Replay angucken. Weil ich dir zu langsam... Wie geil. Und da guck, wir werden rausgepresst. Das war cool, weil es war doch in der Mitte der Flächen. Die sterben auch irgendwie immer alle, wenn wir sie besuchen aus. Ja, wir bringen ganz schön viel tot und... mit uns. Aber wir haben es! Sehr gut. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ah. Jetzt muss man ja noch da hin. Aber man sieht immer ein bisschen mehr von dem Wesen. Oh Gott, es gibt doch hoffentlich nicht mal irgendwie einen Endkampf oder so. Ach, das passt nicht zum Spiel. So ein richtiger Endkampf zumindest nicht. Also Kampf sowieso nicht, aber halt irgendwas mit Ausweichen oder so. Mal gucken. All das und viel mehr finden wir mit Sicherheit raus in der nächsten Folge. Da reisen wir dann erstmal zum Leuchtturm zurück. Und werden wahrscheinlich verstehen, was diese Dunkelheit in den Herzen der Menschen gebracht hat. Und dann geht es auch zum Turm des Schöpfers vermute ich mal ganz stark. Ja. Gucken noch kurz, was uns hier erwartet. Jetzt will ich es sehen. Natürlich. Also. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.